Oh, ein Schwert verlassen, aber... Hallo und herzlich willkommen in einer anderen Folge Let's Play Minecraft Ultra Hardcore mit... Oh, okay, okay, ich lasse hier mit Zombies... Letztmal waren wir ja... Wir sind ja... Ah, wir sind nicht weit gekommen... Ähm... Ja... Wir hatten eine Art Plan auf jeden Fall schon mal... Mal schauen... Was wäre jetzt das Nächstes zu machen? Hatten wir noch drei Eisen oder so übrig? Ja, genau drei... Das ist schön... Können wir uns ja mal... Ein bisschen aufrüsten... Viel Eisen in Blut... So sieht's aus... Darf ich vermehren lassen nochmal? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Komm, Flut oder, oder? Ist auch nicht billig... Na, dann bringt's mir nix... Jetzt weiter... Mit der Farben gleich... Wir hoffen, dass wir nicht sterben... Wir müssen die Sache einfach ganz, ganz safe angehen... Okay... So... Das ging jetzt auch schon... Können wir mal so healen... So... Los geht's... Und nach unten... Wir müssen... Überleben... Das ist das Wichtigste überhaupt... Wir müssen... Meine, äh, wäre ja gelacht, nun werde ich mehr F4-Fürgen schaffen... Wir werden mehr schaffen, das weiß ich... Das habe ich im Gefühl... Muss ich einfach mal hoffen. Bedrock. Ah, das ist ja schon mal eine sehr, ah, das ist gut, das ist gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hier mache ich ungefähr Strip Mining. Das ist eine sehr gute Tiefe. Ich hätte jetzt wenigstens an Fackeln denken können, wa? Und die werden wir brauchen. Die werde ich mir noch kurz vorher besorgen. Auf nach oben. Es ist alles dunkel. Da wollen wir nicht draußen sein. Weil ich glaube, ich brauche ein paar Baumstämme. Aber wir haben noch Kohle hier. Dann nehme ich gleich die, denn ich werde die werden noch Kohle finden. Ich bin jetzt einfach mal so frei und nehme die Kohle gleich mit. Ok. 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 Wir müssen die Sache ganz vorsichtig angehen. Mit Redstone kann ich glaube nichts anfahren. Mal mit Eisen. Ich strip mal immer vorher und bau dann den Rest drumherum ab. Das mache ich immer so. Die ist ja mal gleich auch noch abbauen, denn das werden wir brauchen. Wir brauchen das im Sinne von, ja, wir brauchen Pfeile, Jungs und Boys. An erster Stelle ist natürlich ein goldener Apfel. Ging der mit Goldbarren oder Goldnuggets? Das würde mich mal interessieren. Ich höre schon die Lava. Die Helden kamen sich ganz langsam voran. Obwohl, es war plötzlich so hell. Da habe ich Angst gehabt um Lava. Das wäre eine ganz andere Situation, wenn wir mehr Leben hätten. Das wäre alles soviel, wenn wir mehr haben. Ich gehe schon ein gichter. jaar in den System von Pfeile. Das wäre dann besser. Das wäre dann ein bisschen sinnvoll. Aber dein haste Tate zurückgelegt. Ich bin jetzt hier so schnell. Das wäre auch sehr schnell, wenn wir mehr unterscheiden können. Ich sage ich sicher, dass es okay. Nein die Händen. Dann würde ich euch wieder einmaliger, damit���en sich die Leute. ab und zu mal so reingraben ist immer eine gute idee denn ich meine könnte ja sein dass wir hier diamanten finden da bin ich ja bin ich nicht gleich kämme ich aus hier große batzen das ist sehr gut es wird mal besser obwohl obwohl auch nicht nie findet man sicherlich 50 gold Das ist ein Stück an, was? wir müssen die sache sehr vorsichtig angehen vorsicht das notwendigste nehmen nicht zu lange aufhalten und unnötige kämpfe vermeiden spiel taktik gerade 13 haben war hier will ich nicht weiter aber wir haben schon sehr viel erreicht das zurückgebevor sterben wir haben hier und wir haben diamanten so viel wollte ich nicht auf einmal erreichen machen wir am besten zu aber noch ein bisschen kohlen nehmen wir mit dann machen wir hier wieder zu gold das ist gerade alles zu gut ich glaube nicht dass wir lebendig nach hause kommen es ist gerade viel zu schön um wahr zu sein das ist gerade ein bisschen es ist es ist es ist es Ich erwarte meinen Tod. Es lief jetzt gerade viel zu gut. Okay, jetzt brauchen wir noch Äpfel und wir haben zwei Stück gleich gefarmt. Acht Stück, die wir für einen brauchen. Ich mache diese Löcher lieber zu, das macht mich doch ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Komm mal her, hier, Liebes-Sex-Teile. Ich wollte ja alle Kinder machen. Einzig Problem jetzt gerade ist, wir haben keinerlei Äpfel. Da müssen wir ein bisschen schauen, was wir machen. Das ist doch an sich schon mal ganz gut. Unser Bogen können wir ja auch schon nutzen. Aber ich habe doch zwei Fackeln. Nehme ich noch ein paar hier raus, ne? Holz, Sticks, die Dinger. Ich brauche Federn. Danke sehr. Acht Pfeiler haben wir. Sechs haben wir einen Bogen. Das nächste ist, wir brauchen auf jeden Fall ein Apfel. Ich kann euch mal schlafen gehen. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. Sitz. Eine Pfeiler. Die Dinger. Die Dinger. dieses wasserloch noch eines äpfel dann haben wir es gut grüne bäume das wahrscheinlich eher was fallen so 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 Zwei Äpfel wär'n Traum, wenn sie die fallen lassen würden. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie kontrolliert machen kann, dass da Äpfel aus den Blättern kommen. Ich glaub, das ist echt zufällig. Ob da so ein Samen rauskommt, um einen Weidebaum anzubauen, oder ob da wirklich Äpfel bei rumkommen. Dann gehen wir uns gleich noch ein bisschen Gold besorgen von unten. Machen wir uns noch ein paar Äpfel und danach noch ein paar Pfeile und dann sind wir auch schon reif für die Hölle. Und dann kommt ja auch schon die nächste Challenge, das mit diesen Endermänner-Farm. Das wird ja auch etwas komplizierter. So, lass dir ein paar Äpfel bitte fallen. Okay. 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 Was ja wirklich gut ist, ist, dass die Hungersnot nicht vorhanden ist. Wir haben so wirklich verhungert sind wir noch gar nicht. Finde ich richtig gut. Apfel! Wir haben so mit! Ich bin hier drin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja weiter 20 holz mit diesen anderen wir können sie auch noch kommen haben auf jeden fall mehr ist genug das geht Ich fühle mich schon viel stärker jetzt, wenn wir ein paar mehr Leben haben. Zweieinhalb Herzen macht ein goldener Apfel. Ah, das ist schön. Ich kann ja mal hier die andere Richtung gehen. Äh, so. Äh, Blöcke. Kein großer Fan von Überraschungsangriffen hier. Ja, wir haben sechs Stück. Die sind richtig gut unterwegs, Leute. Nee, Fackel haben wir genug, fürs Erste. Dann habe ich noch fünf Sekunden, habe ich dieses Absorbieren Dings da, zwei extra Herzen. Ah, ich will langsam große Klappe hier, merke ich schon. Erstmal das Gold mitnehmen, was wir hier noch gefunden haben. Nur zwei? Ja, aber ich kann es sagen. Zwei ist mir zu laut. So lange die hier keinen Gegner sehen, können wir ja auch weitergehen.